doch die fressen davon hey die fressen ganz normale Gras von unten die fressen auch das Gras dann haut sie den Boden nicht kaputt ist doch egal Green? Let's show, Welt? da war wirklich nur noch braun da war nichts grün mehr, ja schwarze Wolle brauche ich und kommen wir gleich mal ganz kurz einmal mit wie gesagt, dieses komische was sagt es, was, Lila und was war das andere noch, was wir eben hatten Zyran ja, kannst du das bitte beides mal so fünf Stück fertig machen gleich und dann mit, also herkommen und währenddessen geben wir schon mal die schwarze Wolle hier ist gerade wieder eine fertig ja, okay ja oh, verdammt ein scharfes ausgepüxt, ein schwarzes Mike, du hast doch, äh, Dinge, du hast du Getreide, komm mal bitte her na, einfach nicht, doch ja, nicht hier ne Hand nehmen und komm her Mike, hier ist ne Tür und schnell ja, bevor das Schaf weg ist weil schwarze Schafe brauchen wir los rein da, du scheiß Schaf so, komm raus oh, nein, zurück, zurück, zurück ach, nicht das Getreide ne Hand nehmen, raus, komm so, jetzt das Getreide ne Hand nehmen und sofort reinlaufen schaffst du das ja, so, dass das Schaf auch hinterher kann ja, ge- so, das Viech anlocken jetzt Getreide Hand nehmen so, und jetzt so reinlaufen, dass das Viech da mit rein kann ja, wie gib mir das Getreide gib mir das Getreide eben holt das Nigger Schaf hier nein, gib mir das Getreide geh, geh zu Max nicht heute, der braucht das so, dieser Schaf doch einfach nein, schwarze Schafe brauchen wir leider der ist doch ein schwarzes Schaf ja, wir brauchen aber mehr als ein schwarzes Schaf wenn das schwarze Schaf also noch zwei ja, Mike, schieb mal bitte die Schafe hier so ein bisschen herz äh, zum Tor ein bisschen zum Glück verhelfen ja, genau, scher die Schafe auch na, kommt her, ihr doofen Schafe na, das ist ein sind die drin? so, eins ist drin so die schwarze Schafe komm her so, und zumachen jetzt schnell zumachen so ähm, Chris, hier hast du noch rote Wolle liegt hier noch, Chris ja und hier hast du noch, äh, Getreide dann kannst du die vermehren Mike bringt Chris mal Getreide dass er die Schafe vermehren kann also welche also jetzt am Farben noch, oder? ähm ähm, Lila und dieses Cyan da wollten wir ja noch Cyan, ja, das beides hab ich jetzt hier ja, gut, ähm ja, dann färb mal ein Schaf damit ein hä? Stefan, warst du das hier? was? äh, mit den Leuchtturmen oder ja? ja, du solltest erst mal nur eine machen welche soll ich denn einfärben? weißes eine noch oder alle irgendein weißes und das sind halt bis zur Decke gut, dann es ist nur ein Vorschlag, ne? ja ist ja egal, wir haben ja unendlich theoretisch close down so, jetzt nur die Frage, was macht man denn jetzt hier? boah, sieht das schwul aus nicht schwarz, mach weiß weiter, würde ich vorschlagen ne, ich wollt so, ähm so ich wollt das so ein bisschen als Umrandung machen halt, dass dieses Weiß so ein bisschen rausstecht und nicht Weiß als ganzflächig nehmen ja, ich mein hier jetzt nur sagen wir, hier setzt du meinetwegen noch den schwarzen hin und dann machst du hier die Reste ja, wo bist denn du? ach da weil dann hast du den 12 noch weiß ähm ne, da würde ich dann irgendeine Farbe nehmen wem so reiß das Getreide nochmal hier das wird sogar bunt hier hast du jetzt Getreide? ja ja, lass da gleich mal gucken ich kleide jetzt hier erstmal und Mike, das solltest du Hexer bringen ja, ich bringe ihn das oder wir machen äh, was ist das denn? Feuerschleim? äh, ja machen wir Cream so machen die auch irgendwas oder springen die nur rum? äh, die greifen dich auch an ja, nehmen wir jetzt eine Farbe oder nehmen wir einfach den Rest Weiß? weil komplett den Rest Weiß ich glaube ich ein bisschen doof aus wie fühlt er denn überhaupt? äh, für den Boden wir diskutieren immer noch über den Boden immer noch ja äh, es kommt die Schafe lass sie blauen am Werken ach, sieht scheiße aus der schwarze ja, hast du eine bessere Idee das soll nicht nur alles nur so eintönig das ist auch noch ein bisschen schöner aus aber schwarz sieht scheiße aus ja, hast du eine bessere Idee für eine Umrandung? weil dieses Weiß hier um diesen Pfosten rum soll herausstechen Hexe, bring mal Zyron her ja, da war ich ja am überlegen ob das ein bisschen besser aussieht mit Umranden ja, Hexe, ich hol das eben so so so, meine Bestellung bitte mindestens 5 Zyron und 5 Lila mindestens ähm, 5 Zyron habe ich hier, aber Purple habe ich nur 3 äh, ja, dann warte ich nochmal ganz kurz bis wir 5 haben das sieht irgendwie voll schwul aus, das Blau wenn ich das in der Hand halte kannst du das Blaue auch ruhig noch einmal wieder hernten und schwarz schwarz habe ich 16 ja, kleine gelbe Schafe ey, das sieht so geil aus soll ich noch eins Lila füllen? eine Lila Farbe habe ich noch ähm, nee, erstmal noch nicht also behalt sie nochmal oder doch, mach mal ruhig dann sammeln wir einfach ein bisschen Lila weil für das Haus, äh, nachher brauchen wir auch noch was Alter, das sieht aus wie so eine Riesenmonsterfalle, ey das ist ein Lieder scharf fertig Lila Wolle bitte wie viel Lila Wolle hast du jetzt? ich hab 3 gib einfach das her, was du noch hast und, ja, du musst rauskommen und Chris, bitte dann, äh, das Blaue noch wieder oder das Sian oder wie das heißt Sian Sian ja, egal, 4 reicht auch danke Chris, komm mal eben mit dann kannst du selber mal ein ganz kurz gucken hä? Stefan, hast du die ganze schwarz rausgerissen? ja, wohl noch mal sitzen willst du auch nicht achso, ja, komplett außenrum wollte ich schwarz machen ring das wollte ich so oder so machen also, das kannst du nicht lassen das hat mich und Chris ja auch schon so besprochen ein Blaue Schaf so, einfach nur andeuten so ein bisschen erstmal so, jetzt ist die Frage was sieht besser aus dieses Sian oder das ist eine andere Idee wir machen, ähm hä, ne das muss nicht unbedingt also, die ist schwarz gib mal ganz kurz ein bisschen schwarz her auch ein bisschen blaue Schaf draußen ähm, muss man wieder anfangen also, schwarz um Randung meinte ich so rum dieses in der Mitte das muss nicht unbedingt das macht nichts also ich hab jetzt eine andere Idee ähm ja Chris hast du noch wieder ein bisschen lila? äh sägst du aus? äh, ja nein so, warte mal, ich hab nämlich eine Idee ne das geht überhaupt nicht guck dir das mal an hast du eine Schere besser? dann kannst du gleich sehr schwul ja, deswegen so, ich hab jetzt nämlich noch eine andere Idee hast du Weizen? ja gib mal eins her so, ich mach das jetzt mal mit diesem blau ja, ich weiß ähm, hast du noch einen blau zufällig? blau ist für noch alles also, dieses Cyan hast du Cyan? äh wenn nicht, denn nicht, dann ist es so mach dich dann bleib erstmal hier ich hab keinen Schaun und ja, ich mach jetzt nicht weiter ich muss so rum mit Weiß umranden also so rum nicht anders kommen sicht? ein Stück schwarzer ein schwarzer Block ist da jetzt so das ist nur die Frage was sieht besser aus? so, wo bist du jetzt noch? hast du wieder oder sammelt doch ruhig nochmal ein bisschen Cyan ne ja, doch Cyan färb ruhig noch eins mehr Cyan-Farben statt Purple mach das Purple zu Weiß und Cyan weil Lila sieht hier überhaupt nicht nach drin aus da kannst du gleich einen Puff draus machen okay egal, wer hier jetzt Wolle farbt gib mir die ganze Wolle und raus also, Alessa, das ist Hexas-Jub tut mir leid ja, Nico? lass es lieber Freudenhaus nennen ja Nico, guck mal was würde für dich besser aussehen? so wie hier und Weiß umrandet färb mal das lila Schaf zu ja, oder? oder so wie hier Weiß und mit einer anderen Farbe umrandet lila Schaf muss Zyran werden ich hab kein Zyran ich hatte nur zwei weil ich hab gedacht hier es kann aber noch welches holen gehen ja, dann färb ruhig noch zwei schwarz sieh, wie könnte er weiter vermehren äh ich hab' ja gedacht, hier so weiß umrandet so ja hinten in der Ecke steht eine Kiste, da sind alle Farben drinnen welche Ecke, ah, die Ecke ja, müsst ihr mal gucken, ja, alle vorbeigefacht Steinhardt, verlass mich nicht lass mich nicht mit Mike allein ach, Mike ist auch noch da? äh, ja, glaub ich schon ähm ich hab gedacht, hier denn so weiß dann vielleicht, ähm was? was? dass sich ein bisschen zu bunt findet wieso wir? du spielst mit, das heißt, du entscheidest auch nicht blau, weiß Axel? in die Mitte hier? ja ja Gott, ey aber, wenn man das jetzt so macht dann könnte man den Rest weiß machen bis auf vielleicht zu einer kleinen Art Teppich so? haben wir denn nur Focker hier, oder was? weil dann würden die Pfosten hier auch schön rausstechen weil nur mit äh, zwei Farben sieht das auch doof aus oder theoretisch nur mit einer Farbe machen wir es ja ich weiß es ja eigentlich keine Farbe ähm, ja Chris ähm stell mal wieder deinen unbezahlten Praktikanten Erlässe ein und komm dann nochmal her außer Erlässe will ich auch mitgucken Loser Los Label was ist los Mike? Maxi, alles ok? mähähähäh Mike, ähm, sonst wenn du willst du kannst auch mit, ähm... Dinges Farmen gehen Glowstone Der unbezahlte Praktikan kommt hier nicht mehr klar Maxi? Ich krieg das letzte Schafe nicht rein Mike? Max, mach dich mal dem Jut Geh mit dir. Hm? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Was? Ich wollte wissen, wie es dir geht. Ich wollte sozial sein. Ich bin ein bisschen langgepisst wie in den ganzen, äh, Gäst, äh, Dinger hier. Ja, ist leider so. Ähm, Chris, kommst du mal bitte her? Ja, klar. Am besten mit ordentlich Sian, wenn du noch was hast. Mach ich wie viel los hast du? Ja, ich muss grad mal eben die ganzen Schafe massakrieren hier. Hm? Hä, wieso? Wie viel los hast du? Ja, Scheren. Ja, ich hab jetzt, äh, weiß nicht, sieben oder acht Stacks Glowstone Dust. Aber ich hab hier grad, äh, eine große Anzahl an Glowstone gefunden. Komm schon wieder rein. So ein Schaf. Also wie gesagt, wenn du keine Lust mehr hast, dann musst du jetzt nicht mehr. Ja? Ähm, du willst jetzt das Schafter reinkriegen oder was? Ja, das letzte Schafter. Lass es einfach irgendwann hüftet von alleine. Okay. Hier laufen sowieso genug Schafe schon rum. Vor allem die sind alle bunt. Eins mehr oder weniger. Ja. Ja, ich glaub, wir sollten den Zaun noch einfach zwei hoch machen. Oder geht der Bug dann trotzdem? Weiß ich nicht. Sollten wir mal ausruhen. Mike, hör auf, das kaputt zu machen. Der Bug geht trotzdem. Ja, okay. Kannst du hoch machen, wenn du willst. Die kommen rüber. Naja, stimmt, die glitschen ja rüber. Ich hab das bei meinem Ding auch, und zwar war ich doch zwei hoch. Ich hab an Stellen sogar komplett hoch, und die sind trotzdem durchgekommen. Soll ich hier weitermachen? Ja. Ja, so, dann Green und Hexa bitte zur Kinderabteilung. So, wer den Gag jetzt kapiert hat, Finger hoch. Ich komm mal mit meinen Lampen ran, ey. So. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten.